Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel B. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Worms Forts unter Belagerung. Schluck. In der letzten Folge haben wir diese Mission, auf der wir nicht weiter hinausgehen wollen, gemacht. Und jetzt sind wir in der Mission Aufstieg und Niedergang der Verteidigung. Nun gut, die Götter wurden wohl wohl gestimmt, doch die Verteidigungskräfte des Kaiser sind auf eine Invasion der Mongolen noch nicht vorbereitet. Jetzt könnte er eine hübsche, brandneue Verteidigungssinie gut gebrauchen. Hey, vielleicht können Sie ihm helfen, aber behalten Sie die Uhr im Auge, denn unsere Spionen zur Folge sind die Mongolen nicht mehr weit. Ja, dann los. Guck mal, jetzt die chinesische Mauer, ja, ne. Keine Ahnung, in der Geschichte bin ich nur 0, irgendwie haben wir so weit in der Vergangenheit nie durchgenommen in der Schule. Keine Ahnung, irgendwie ging es immer nur im Hitler oder so und das bei jedem Lehrer. War ein bisschen doofer. Die ersten Mongolen scheinen eingetroffen zu sein. Ich hätte gerne irgendwie so was, was weiß ich, Alexander der Große oder Mikal der Große und was weiß ich alles gelernt. Weil das interessiert mich schon ein bisschen eher. Ich hoffe, wir haben mehr zur Verteidigung vorzuweisen als das. Du meine Güte, das soll jetzt offenbar sein. Wir werden gegen diese Wilden nie bestehen. Wenn sie doch nur eine Burg hätten. Moment mal. Wenn sie auf den da bauen könnten, könnten sie eine bauen. Das ist ihre einzige Überlebenschance. Sie müssen die Mongolen zurückschlagen. Sie sind ausgewählt. Der Kaiser verlässt sich auf sie. Natürlich, auf wen sonst? Viel Glück. Sie müssen die festgesetzt sein in der Schutzburg bauen, die etwas taugt. Sie müssen die Festung ins Gegenteil zerstören. Zwei Minuten, was? Wie jetzt? Was ist das denn? Ja, mach mal hin, Leute. Von Goldilbert Jones. Adi. 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 Und Bernal. Auch in die. Aber noch keine Chance. Das macht mal ein bisschen. Wenn es geht. Nein, ich baue. Ich sehe schon, die tun mal eine ganze Zeit hier vorballern, ne? Ich lade mal einen an. Ach, du feierst doch nichts auf mich, oder? Komm schon, komm schon. Hahaha. Kolossal. So. Sowieso noch nichts, was ich hier machen könnte. Ich schieße wahrscheinlich wieder auf die, die ich noch nicht bewegen konnte. Da bin ich immer sehr teuer. Kaum springen da runter. Du kannst auch bestimmt schwimmen. Das ist ja bestimmt Fall der Schwimmenwurm. Das ist vielleicht sogar Regenwurm. Du magst das Wasser, oder? Komm schon, jawohl. Was? Nein, das war zu knapp. Das war einfach zu knapp. So, aber jetzt kommt schon. Ich schmeiße dich jetzt da runter. Man hat, er kann auch nicht schießen. Ich schaffe das nicht mehr. Jawohl, er schafft das nicht mehr. Ja, 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 sieg, sieg, sieg. So, das müssen wir eine Burg bauen. Zack. Jetzt gibt es in die Fresse. Sie müssen die Fresse. Sie müssen innerhalb der Festgelegung eine Schutzburg bauen, die etwas taugt. Ja, super. Das war auch nicht so schwer. Die Bub haben sie aber toll gebaut. Was ist denn das? Sie haben keine Waffen dafür? Doch, ich habe Marino's raus. Du, meine Güte, das nützt nicht viel. Moment mal, diese Kiste. Welche? Falls sie das enthält, was ich glaube. Das könnte genau das sein, was sie brauchen. Die Antwort auf ihre Vorratsknappheit. Ich habe da unendlich hohen Not. So was, da ist ja auch nicht schlecht. Los, holen sie die Kiste. Na, ich sehe die wieder an. Vielleicht auch meine Burg nicht draufgehen. Lieber hier so bauen sollen. So kann die Wesen sich kaputt gehen, wenn irgendwie was hier kaputt geht. Ja, ich habe die viel mehr Zeit für ihre Züge. Oder, ich habe auch allgemein viel mehr Zeit. Sehr gut. Ich presche da gleich einfach durch mit meinen Renauds. Mach ich doch nicht so knapp. Der landet wahrscheinlich. Der landet auch genau da. Der Sack. Tja, warum kannst du aber nicht mehr feuern? Tolle Mongolen. So, irgendwo was bauen. So, einfach so. Weil ich es kann. So, her damit. Riesenambus. Wow. Renauds. Davon habe ich unendlich. Was zum Treffen? Moussaka, Massaka. Ballista. Burk. Oh, meine Güte. Citadelia. Zack. So. Ja, wir haben die ganzen Sachen eingesammelt. Das ist auch gut. Jetzt komme ich mit ganz viel im Burgen hier. Ich stapelte sich jetzt alle so hoch. Ich denke bloß nicht daran, dass du da hier einsammelst. Ich wollte sowieso nur Türme, die Idioten. Ja, ich konnte eigentlich nur die Dinger kaputt hauen. Und dann war es das mit denen. Ich habe auch. Da habe ich ein Riesen-Dier-Pferd bekommen. Ich glaube nicht. Das ist nur das Ding. Ich habe noch diesen Blick. Ich habe gesagt, es wird nicht so einfach, ne? Okay. Die schaffen hat diesmal zeitlich verlammt. Ich habe noch kein Scheiß. Ja. Kein zweiter Schuss. Ich kann nicht bauen. Wie ich kann nicht bauen. Ich habe jetzt eine Delle, was? Bin ich gut? Na. Ich komme euch jetzt einfach so da rein. Wie du das auf voll. Hey, warum läuft der jetzt? ja der turm und der ding ist es weg sehr gut da gehe ich gleich noch mal mit dem renault ausreinert macht den voll schaden so ein renault in die fresse da baue ich gleich eine zitadelle und dann habe ich alles weg überhaupt nicht tatsächlich noch nicht mal ist da würde ich habe ich habe hier und die haben voll viel erst aber ja auch keinen bock mal zu treffen in der orientalischen kampagne abschüttet hat überhaupt getroffen jetzt rede und da sind sie am bohren auch peinlich ich hoffe es hört man nicht ich habe das neben leben ja eine burg machen einfach so weg zu hauen kann man versuchen da und mann viel wind gerade gesehen ha ha sehr gut ja schon das weg oder jawohl stürzt ab jawohl eines wasser überall mongol behandelt wasser überall sehr schön ich komme immer näher und ihr habt keine chance und habe nichts dagegen auszurichten achten kommt schon die weg aber kriegst du nie dinge bock kaputt boah meine güte wie er auseinander gehen was zum teifel ja okay mein turm ist alles egal wir sind waffenkisten in den beton von in die fresse wenn ich sehe dass das ding kaputt geht dann brauche ich irgendwie weiß ich nicht andere burg dahin das ist mir zu riskant also roma auf das ding treffe den tor meine ich sehr gut gleich noch mit einer ballista oder so und das ding ist weg ja mehr oder weniger ich muss auch beide wegkauen das ist doch also jetzt schon wieder an bohren geht ins türmchen reine über hasern priester laufen schießen dann bischof oder wird sich irgend so ein heiliger ist auch egal ich bin ich religiös wird das im herzen nicht wie so einen wegfliegen zu sehen dreck nein die hauen hat gleich weg dann kann ich keine burgen mehr bauen nein ich muss ganz viele bogen noch bauen hatte ich muss ich muss direkt meine dings ja ausnutzen wenn meine schwachstellen die bastarde bro du stehst auch voll im weg ich ignoriere dich einfach ja schießt sie war mit dem ding mit dem ich am treffsichersten war auch schon weg mehr oder weniger auf zu bohren verdammt ja ja priorisiert ruhig mein turm ich haue ich trotzdem weg wahrscheinlich kann ich gar nicht darunter bauen wo doch klar wollte da war eine granate schnuckelig bezaubernd wohltuend nein nein auch ja genau